Ich beginne mit einer Handskizze. Das ist oft auch so. Also im Kundengespräch oder selber im Skizzenblock, dann entsteht irgendetwas, was ich dann verwenden möchte. Möglicherweise mache ich auch noch per Hand eine Reinzeichnung und die muss ja dann irgendwie in den Rechner kommen. Die muss ich ja dann irgendwie nachbauen. Ich habe mir jetzt mit einem Füller einfach hier UbuCon mal auf Papier geschrieben. Und das möchte ich mir jetzt in den Rechner holen und möchte dann damit arbeiten. So, ich habe es jetzt so eingerichtet. Ich öffne mir VLC. Das ist wirklich für mich ein sehr praktischer Weg, mal schnell was einzuscannen, in Anführungsstrichen. Ich öffne mir VLC und bestenfalls gehe ich auch noch mal auf Extras und Einstellungen und finde hier bei Video den Bereich Video-Schnappschüsse. Und hier habe ich jetzt eine Möglichkeit zu bestimmen, wo gehen meine Schnappschüsse hin. Ich packe sie in Home, Linux, Bilder erstmal rein, speichern, haut hin. Und jetzt kann ich aus einem laufenden Bild einen Schnappschuss machen. Ein laufendes Bild kann auch mein Live-Video-Stream sein. Also ich gehe auf Medien, Aufnahmegerät öffnen und wähle jetzt bei Aufnahmegerät öffnen meine Videoquelle, also meine Webcam. DirectX, irgendwas steht da bei Windows. Video für Linux 2 steht jetzt hier bei Linux. Im Zweifelsfall habe ich mehrere Geräte angeschlossen. Dann muss ich aus den Geräten meine entsprechende Webcam auswählen. So, das war es schon. Dann klicke ich auf Wiedergabe. Dann halte ich mein wertvolles Skizzenobjekt vor die Kamera. Okay. Und dann breche ich mir die Finger, indem ich gleichzeitig auf Video Schnappschuss machen gehe. Oder ich glaube Shift-S war der Shortcut. Mal gucken, ob es klappt. Etwas größer, wenn es geht. Yo. Shift-S. So, jetzt habe ich meinen Schnappschuss im Bilderorten abgelegt, wie es hier jetzt seinen Dienst getan. Jetzt möchte ich gerne das ja erst mal noch verbessern. Dazu öffne ich mir das Programm GIMP. So, da ist es. Jetzt hole ich mir mein Bild. Das ist es. Das habe ich gerade gemacht. Okay. Das ist ein bisschen perspektivisch verzeichnet, aber ich nehme es jetzt so, wie es ist. Könnte ich jetzt auch noch gerade richten, perspektivisch kann ich aber später auch noch machen. So, jetzt möchte ich es verbessern. Deswegen gehe ich in GIMP auf Farben und möglicherweise erst mal auf die Kontrastwertverteilung, also Werte. So, und jetzt sehe ich schon, mein Bild ist hier ziemlich grottenschlecht belichtet. Logisch, ich habe jetzt hier vor einer Webcam schön abgedunkelt alles. Hier ist eh dunkel im Raum. Jetzt muss ich also die Farbwerte so neu verteilen, dass ich wirklich einen schönen Kontrast bekomme zwischen weißem Hintergrund und von mir aus schwarz, der Vordergrund. Deswegen schiebe ich mir die kleinen Regler für den Schwarzpunkt und für den Weißpunkt. Entsprechend so weit zusammen, dass dort auch wirklich Farbwerte in der Farbwertstatistik vorhanden sind. So, und dann betätige ich noch den Schieberegler hier und setze die Mitte ungefähr so, dass wirklich der Hintergrund verschwindet und der Vordergrund übrig bleibt. Reicht mir. Also hier ist mir relativ wenig weggebrochen. Der Kontrast zwischen Hintergrund und Vordergrund war trotzdem noch ausreichend groß. Es gibt ja irgendwo im GIMP auch direkt dieses Kontrastmenü. Das ist mir etwas schwergängiger. Also ich komme jetzt über die Kontrastwertverteilung. Also hier sehe ich doch viel besser als mit einem Kontrastschieberegler, sehe ich doch hier viel besser die statistische Verteilung der Helligkeitswerte. Mit einem Kontrastschieberegler, das ist eine brachiale Methode mit der Brechstange. Also da mache ich alles irgendwie so. Also da nehme ich keine Rücksicht. Da kann ich zum Beispiel auch nicht das machen, was ich jetzt hier gerade mit der Mitte gemacht habe. Mit einer Kontrastverstärkung würde ich sowas kriegen. Ich setze jetzt die Mitte neu, indem ich das Ganze hier nach links schiebe. Und damit verschwinden die ganzen Töne aus dem Hintergrund. So, und mein Vordergrund ist noch ausreichend getönt. Das übernehme ich. Okay, das reicht mir. So, jetzt könnte ich das möglicherweise noch zuschneiden. So habe ich mein Werkzeug. Achso, habe ich vorhin weggeblendet. Da sind sie. So. Na, komm her. Und speichere das erstmal als Entwurf ab. Also Bild. Auf, Auswahl, Zuschneiden. Datei. So, Speichern unter. Speichert als GIMP-Datei. XCF. Da muss ich immer aufpassen. Ich finde das eine schöne Sache. Da kann ich nämlich nicht aus Versehen die vorhandenen Bilddaten überschreiben. Das geht mit anderen Bildprogrammen sehr schön. Dass ich dann meine Originaldaten mal schnell überschrieben habe. Dann gehe ich nämlich wieder von vorne los. Oder die Bilddaten sind sowieso verloren, weil ich das Motiv gar nicht mehr herbekomme. Also deswegen arbeite ich auch prinzipiell nur mit Kopien. Würde ich auch empfehlen. Das, was ich im Sammelnordner habe, lasse ich dort drin. Oder in meinem Archiv. Das lasse ich dort drin. Und ziehe mir immer eine Kopie davon. Weil es mir schon mehrfach passiert. Das Original war dann futsch. So, in dem Fall bin ich aber so frei und überschreibe das Ganze jetzt. Wie es hieß, NEP soll er von mir aus direkt überschreiben oder speichere ich. Ne, ich exportiere es als PNG. Exportieren als bringt mich in den Exportdialog. Und ich nenne das Ganze einfach jetzt Logo, Ubocon. Das ist jetzt wirklich nicht perfekt. Das ist hier viel zu groß und hier viel zu klein. Einfach, weil es schief gehalten hat. Der Plan ist jetzt, die Bitmap-Grafik, die ich vorliegen habe, die Pixel-Grafik in ein Vektorbild zu überführen. Ich möchte ja möglicherweise das als wirklich Signet benutzen. Also ich simuliere das jetzt so. Und Signets müssen halt wirklich interoperabel sein. Die müssen vor allem auch stufenlos verkleinerbar, vergrößerbar sein. Die muss ich also auch beschneiden können irgendwie. Ich möchte es wirklich so ursprünglich wie möglich haben. Und so eine Schwarz-Weiß-Grafik bietet sich sehr gut an. Vor allem, weil ich es auch gestalterisch nicht auf solche Tinten-Facetten abgesehen habe, als Kurvengrafik abzulegen. Ich muss das Bild also vektorisieren. Dafür kann ich wieder gut Inkscape benutzen. So, machen wir das mal. Das war jetzt GIMP. Jetzt gehe ich ins Inkscape. Da ist Inkscape. Als allererstes möchte ich mein Bild jetzt importieren. Datei importieren. Im Ordner Bilder habe ich es abgelegt. Logo UboCon. Jetzt fragt mich Inkscape noch, verknüpfen oder einbetten? Das ist eine wichtige Frage. Also wenn ich ordentlich strukturiert arbeite, dann liegt mein Logo UboCon ja wirklich an einer sauberen Stelle in meinem Materialordner drin. Dann habe ich gesammelt, Archiv erstellt. Dann werde ich es verknüpfen. Wenn ich aber nicht weiß, ob ich damit noch woanders hingehe, dann sollte ich es möglicherweise einbetten, damit es später bei der Anzeige der Entwurfsgrafik auch wirklich vorhanden ist. Ich lasse es mal auf verknüpfen. Das ist bei mir Standard. So, jetzt habe ich hier die Pixelgrafik drin. Und die möchte ich jetzt vektorisieren. Dafür gibt es in Inkscape wirklich eine passable Methode über Pfad Bitmap vektorisieren. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe an unterschiedlichen Algorithmen, wie ich aus der Pixelgrafik über eine Kantenerkennung eine Vektorgrafik erstellen kann. Ich kann zum Beispiel vektorisieren nach Farbnuancen. Jede Farbnuanz kriegt dann ihre eigene Vektorgrafik. In Schichten wird das dann aufgebaut. Ich kann vektorisieren nach Helligkeit. Ich kann auch prinzipiell erst mal nur die Kanten erkennen. Oder so wie ich das jetzt mache, ich mache möglicherweise die Helligkeit zum Prinzip und sage, es reichen mir jetzt zwei Schichten unterschiedlicher Helligkeit. Ich schaue mal, wie das Ganze gelingt. Ein bisschen wenig. Schauen wir das mal noch ein bisschen hoch. Oder nehmen wir doch mehr Schichten. Noch die Farben nehmen. Da muss man halt wirklich immer gucken. Also das ist auch von Entwurf zu Entwurf unterschiedlich. Da muss man mit den Werten ein bisschen rumfriemeln. Und wenn die Tracing-Funktion, die Kantenerkennung, das gar nicht zu fassen kriegt, dann muss ich mich in die Tiefen der Optionen noch etwas begeben. Also zum Beispiel Flecken unterdrücken etc. Ihr seht das hier. So, für mich reicht das jetzt. Ich klicke OK. Und jetzt sehe ich im Hintergrund schon, jetzt hat er mir hier eine Grafik erstellt, die sich an der Pixelgrafik orientiert. Die ist natürlich immer noch vorhanden im Hintergrund. So, und die jetzt aber aus Vektorkurven besteht. Im Moment sind die Vektorkurven noch in einer Gruppe zusammengefasst. Die sind noch gruppiert. Ich muss also die Gruppierung noch auflösen. Über Objektgruppierung aufheben oder Shift-Steuerung-G kann ich die Gruppe auflösen. Ich hatte gesagt, ich möchte gerne vier Farbanteile haben. Habe ich hier. Hier habe ich erstmal das Weiß des Hintergrundes. Brauche ich nicht. Kann ich wegschmeißen. So, was haben wir noch? Gucken wir mal ein bisschen näher rein. Jetzt habe ich das Blau hier. Möglicherweise brauche ich das, weil ansonsten mir die Nuancen wegbrechen. Muss ich schauen. Was habe ich noch? Das habe ich noch. Und das Dunkelblau habe ich noch. So, ich gehe nochmal zurück. Strg-Z, rückgängig. Jetzt schaue ich mal, ob ich auf das Dunkelblau verzichten kann. Ah ja, geht ganz gut. Auf das Dunkelblau kann ich verzichten. Das liegt sowieso nur innerhalb der Flächen. Jetzt habe ich also zwei Flächen, die einzeln nicht mehr ganz gut funktionieren, aber beide zusammen, die wären schon ganz okay. Jetzt möchte ich die beide zusammenfassen. Deswegen wähle ich sie mir aus und gehe dann auf Pfad kombinieren. Und jetzt wird aus zwei Faden wieder einer. Jetzt habe ich eine Pfadkonstruktion und mit der kann ich jetzt weiterarbeiten. Ist das jetzt nur zwei Farbtöne oder hat er das jetzt auf die Farbe gemittelt? Er hat es von dem darunterliegenden auf den darüberliegenden oder andersrum übertragen. Also er hat einen genommen. Wenn ich kombiniere, dann gibt es nur eine Füllfarbe. Also kombinieren heißt ja, Kurvenverläufe gemeinsam machen, also zwei separate Kurvenobjekte zu einem Objekt machen und ein Objekt kann immer nur eine einzige Füllung tragen. Ich kann zwar Farbverlaufe anlegen, ich kann auch Bitmap-Füllungen zuweisen, aber ein Kurvenobjekt ist mathematisch gesehen ja nur die Definition der Umgebungskurve, der Umrisskurve. Und dazu kommt noch als Eigenschaft für die Darstellungsprogramme, die das Ganze anzeigen können, wie die Kurve dann gefüllt ist mit einer Monochrom-Füllung oder was auch immer. So, jetzt habe ich mein UboCon-Logo ganz gut abgegossen. Mit dem kann ich jetzt verhältnismäßig gut arbeiten. So, ich soll natürlich verkneifen, mir das hier so zu skalieren. Und das kann ich jetzt möglicherweise für die Gestaltung übernehmen. So, mein Bitmap-Bild brauche ich an der Stelle erstmal nicht mehr. Das habe ich ja in der Hinterhand noch im Archiv drin. Jetzt möchte ich gerne mein Logo erstmal speichern als Ausgangsmaterial, als Ausgangsgrafik, damit ich halt immer wieder von anderen Programmen darauf zugreifen kann. So, ich nehme ja noch eine andere Füllfarbe mit Objekt, Füllung und Kontur. Kann ich im Inkscape die Farben einstellen. Für eine Reinzeichnung benutze ich erstmal prinzipiell schwarz. So, jetzt speichere ich das als Illustrationsgrafik. Welches Grafikformat kann ich verwenden? Naja, das von Inkscape bereitgestellte SVG, Scalable Vector Graphics, ist ein geniales Format. Das beschreibt die Vector Graphics in einer handelsüblichen Textdatei im XML-Format. Damit können dann auch nicht nur Browser umgehen, sondern mittlerweile können alle gängigen Illustrationsprogramme SVG-Dateien importieren und exportieren. Inklusive Illustrator, CorelDRAW und wer so am Start ist, alle verstehen SVG-Grafiken. SVG war Anfang der 2000er Jahre schon mal ziemlich totgesagt. Aber durch die Verbreitung der Smartphones, die es wirklich von Anfang an sehr intensiv genutzt haben, hat es ein ziemliches Revival erfahren. Zu Recht, wie ich finde, weil damit bin ich auch produktionsstabil. SVG-Grafiken wäre ich in 50 Jahren noch lesen können, weil ein einfacher Texteditor wird immer vorhanden sein. Also, ich speichere als SVG-Grafik. Da das mein Referenzobjekt sein soll, möchte ich es auch noch ein bisschen ordentlich machen. Also, der Rahmen meiner Seite soll nicht A4 sein, sondern irgendwie so, dass es ein bisschen besser drum herum steht. Dafür gibt es eine schöne Funktion im Inkscape Datei, Dokumenteneinstellungen. Und hier gibt es bei der Auflösung die Option Seitengröße anpassen. Und jetzt kann ich zum Beispiel in Millimetern oder Zentimetern noch irgendeinen Rand angeben. Also, sagen wir mal 15 Millimeter auf jeder Seite, damit es nicht ganz am Rand klatscht. Seite in Auswahl einpassen. Okay. Und das speichere ich jetzt ab. Datei. Speichern unter. Mein Projektverzeichnis. Entwerfen. Inkscape. Und das nenne ich jetzt Signet oder Logo, wenn es ein Wort ist. So, das habe ich jetzt auf Nummer sicher. Das steht als Referenz zur Verfügung. Was ich natürlich im richtigen Leben machen würde, ich würde das jetzt noch einer strengen Revision unterziehen. Ich würde, wenn das nicht gestalterisch notwendig ist, auch nie so etwas anderes ausgerichtetes Schriftselement verwenden, sondern schon gucken, dass auch die Schrift ordentlich positioniert ist. Ich würde möglicherweise auch gucken, dass die Enden eventuell noch vorsichtig angeglichen werden, ohne dass es den Federschriftcharakter verliert. Oder die Buchstabenabstände. Die Buchstabenabstände, ganz genau. Also, ich würde jetzt hier zum Beispiel noch mal reingehen in die Kurven. Ich würde möglicherweise die Kurven alle auswählen. Die auch noch. Und dann vorsichtig nach drüben versetzen und so weiter. So, das kann man auch mit dem Mausrad schön machen hier. So, hier so. Wenn ich in anderen Linien mache, muss man dann die Schrifttaste festhalten dabei? Also, wenn ich versetzen will in Inkscape und die Steuerungstaste zusätzlich halte, dann versetze ich entweder sauber waagerecht oder sauber senkrecht. Also, drehen geht. Wenn ich noch mal auf das Objekt draufklicke, dann ändern sich die Transformatoren, die Anfasser. Und ich kann etwas verdrehen und in sauberen 15-Grad-Schritten drücke ich wieder die Steuerungstaste. Und zum Skalieren lohnt es sich, nicht nur die Steuerungstaste zu drücken, sondern, also Steuerungstaste skalieren, das heißt immer proportional. Und Steuerung Shift heißt proportional zur Mitte hin. Da bin ich erstens schneller und zweitens bleibt das Objekt meistens an der Position, die ich eigentlich vorgesehen hatte. Der Unterschied zwischen dem normalen SVG und dem Inkscape SVG, wenn man abspeichert, kennst du den? Also, welche Texte das ganz genau sind, kann ich nicht sagen. Es gibt Inkscape eigene Texte. Also, ich kann in XML, kann ich ja meine eigenen Texte definieren. So, ich muss halt nur die Sprachspezifikation hinterlegen. Die DTT muss dann irgendwo liegen. Und Inkscape hat halt auch seine eigene Sprachspezifikation. Also, es gibt ein paar Optionsbereiche, da sind Inkscape spezielle Texte definiert, die ignoriert der Browser. Also, wenn der die nicht kennt, wie der es mit anderen Texte auch macht. Wenn ich Microsoft exportierte Sachen importiere, XML-Dateien, die er nicht kennt von Excel oder so, die ignoriert er einfach. Das Grundziel, was die Inkscape-Mauer sich gestellt haben, sie wollten die SVG-Spezifikation komplett unterstützen. Deswegen ist die Version immer noch 0, 4, irgendwas. Das heißt nicht, dass Inkscape nicht fertig ist, sondern dass die Breite der Spezifikation noch längst nicht ausgereizt ist. Die Animation fehlt zum Beispiel noch, was aber heutzutage nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, weil Animationen werden mit JavaScript realisiert und nicht im SVG selber in aller Regel. So, okay. Damit bin ich mit Inkscape erstmal für das Logo durch. Was ich in Inkscape jetzt auch noch machen würde, das ist für mein Dokument, was ich anlegen möchte. Auch noch ein Layout entwerfen. Scribus, das Programm, was ich dann zum Druckvorlagen erstellen benutze, ist ein Dokumentensatzprogramm. Scribus ist dazu da, die Elemente alle zusammenzubringen, zu versammeln und sich auch um die ordentliche Ausrichtung und die ordentliche Positionierung zu kümmern. Die Illustrationselemente, die ich in Scribus zur Verfügung habe, also die für den Entwurf eine Rolle spielen, die für den Entwurf wichtig sind, die sind gemessen an den Werkzeugen, die ich im Inkscape habe, eher unhandlich. Also wenn ich in Scribus versuche, eine Vektorgrafik anzulegen oder zu bearbeiten, dann werde ich mir die Finger dabei brechen. Das dauert, weil ich dort immer wieder in den Vektormodus muss. Ich muss immer wieder das Werkzeug wechseln und die Punkteneigenschaften der Vektorkonstruktionspunkte. Wenn das möglich ist, dann lege ich Illustrationsgrafiken vorher im Inkscape an. Also die Stärke von diesem Scribus ist, wenn ich richtig verstehe, die Komposition, dass man die Elemente dann in hebenen Schichten... Richtig. Und der Schriftsatz. Also ich bin sehr gespannt, weil ich hatte bisher immer das Problem, dass ich mit dem, was ich halt schriftsatzmäßig im Scribus machen kann, nie zufrieden war. Und dass ich halt dann eigentlich komplette Flyer oder so immer komplett im Inkscape gemacht habe. Also Textumbruch im Inkscape ist noch... Ja, Textumbruch ist natürlich nicht so die große Freude, aber... Nein, also Mengentext, den darf ich nicht im Inkscape machen. Das ist wiederum die Domäne von Scribus, von einem Dokumentensatzprogramm. Genau dasselbe bei Adobe-Programmen. Mit InDesign zu illustrieren, das geht, aber viel besser bin ich im Illustrator. Mit Scribus zu illustrieren geht, aber viel besser bin ich im Inkscape. Genauso mit der Bildbearbeitung. Aber Textsatz ist wieder die Domäne vom Dokumentensatzprogramm. Das ist ein Textsatz, Dokumentensatz hängen zusammen. Das geht ja schon los mit der Verkettung von Textinhalten und vor allem mit der Kontrolle der Texteigenschaften. Textfluss, Buchstaben, Zeilen, Wortabstände, Formatvorlagen für diverse Textaufgaben. Also Titel, Unterschrift, Marginalien, was auch immer ich dort anlege, das kann ich, das habe ich im Inkscape gar nicht. Inkscape ist ein Illustrationsprogramm. Wenn ich zeichnen will, wenn ich also noch als kreativer Mensch unterwegs bin und sage, na, wie machen wir es denn eigentlich? Dann bin ich im Inkscape richtig. Wenn ich aber weiß, was ich machen möchte und ich möchte es dann sozusagen schon auf der abschüssigen Zielgeraden zu einem ordentlichen Dokument vereinen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich sage, Schluss jetzt mit Illustrieren, ab ins Scribers. Dann sollte aber alles vorbereitet sein. Das ist an der Stelle vielleicht, bevor ich es vergesse, noch zu erwähnen, das ist an der Stelle wirklich sehr wichtig. Ich sollte alles, was ich vorbereiten kann, auch vorbereitet haben. Die Bilder sollten gut optimiert sein, also Helligkeit und Kontrast natürlich, die Ausschnitte richtig gesetzt sein, wenn sie denn da sind. Illustrationsgrafiken, die ich in meinem Dokument brauche, das können auch komplexere Grafiken zur Gestaltung sein, also irgendwelche Anstrichbutton oder irgendwelche Hintergrundgrafiken, die dann zum Zuge kommen, die lassen sich im Scribers auch anlegen, aber eben nicht so gut. Und gerade was solche Vektorgrafiken betrifft, Logos natürlich erst recht, das werde ich niemals im Scribers machen, für sowas ist es Inkscape wieder, das bevorzugte Programm. Gut, was ich hier noch machen würde, wie gesagt, das ist das Layout zu klären, also wenn ich noch im Entwurfsprozess bin, das werde ich jetzt aussparen, den Arbeitsschritt, die Zeit haben wir leider nicht dazu. Wenn ich noch im Entwurfsprozess bin und mir selbst als Auftraggeber noch vergegenwärtigen möchte, wo soll denn die Reise hingehen? Dann werde ich den Layoutentwurf, die eine Seite des Entwurfs, den werde ich im Inkscape bauen, weil hier habe ich viel mehr Arbeitswerkzeuge zur Verfügung. Also wie ist die Seitenaufteilung? Layout heißt ja auslegen, also das Verteilen, das Aufteilen der Seite. Wo sind möglicherweise die Bedienelemente, wenn es eine Internetseite ist oder wo kommen die Seitenzahlen, wenn es eine Buchseite ist? So, diese Entwürfe könnte ich durchaus im Inkscape machen, auch die Positionierung schon klären. Dann kann ich nämlich diese Entwurfsgrafik, die dadurch entsteht, komplett wiederum in Scribus importieren und brauche nur noch die Farben auszutauschen zum Beispiel. So, das werde ich aber jetzt mal aussparen. Also Entwurf ist die Domäne von Inkscape. Dann kommt der Schritt, auf den Sie jetzt schon gespannt sind. Ich öffne mir das Scribus und versuche das jetzt alles zusammenzufügen. Scribus und versuche das Scribus und versuche das Scribus und versuche das Scribus.